Alles klar, ich wurde weggesniped Mit direkten Headshot, Alter Alter Das ist ja belastend Wollol, Alter Kurs Ach, wir sind ja die Russen Weißt du, was Mega-Edson ist, so? Bei dieser Map hätte ich das Gewehr gut gebrauchen können Das Gewehr? Warum? Wegen Distanz Nee, aber hier ist man Ziemlich nah dran Relativ Also mach ich hier grad schön kills Oh man, shish Kill Oh, jetzt von hinten Oh, wie sich das anhört Aber das gut an den Russen ist Man kann die einfach, äh, man kann einfach, äh, los schießen Man muss nicht so oft den Nachladen nach jedem Kill Man kann ca. 2 oder 3 Leute einfach killen, ohne nachzuladen Das ist richtig Knorkel Also, wie ich grad rein wasche Und auch noch Killed Ich bin leider gestorben, Alter Leider, leider, leider Du bist von der Granate geküsst worden Ja Hast du auch nicht wasche Ich wasche jetzt bis zu sehen durch Ich versuch jetzt welche Überfahren Alter, es ging nicht mal Du warst durch Ja, Alter Fast hätte ich einen Double Kill gemacht Die standen in einer Reihe Ich musste noch auf, äh, feuernd drücken Aber das war ein Schuss aus der Hüfte nicht Hat nicht anvisiert Das heißt, die Schüsse ging überall hin Überall Überall Gekilled Da bist du ja Oh, hier sind ja alle WTF, Alter Die deutsche Maschinenpistole ist so geil Die ist so gut Die ist so genau einfach Ach nee Aber die Russen hatten im 2. Weltkrieg auch nur so Kreppwaffen Also so richtig Müllwaffen eigentlich Ja Aber die Ganaten waren schon echt mit Hier, komm her Steig ein Und ich ramm dich Oh, shit Genau Bist du ein Glück, dass ich dich reporte, Alter Hab ich Glück, dass du mich reportest Ja, Mann Wow, hab ich Glück Ich bin ein richtiger Lacker Immer wenn ich die aufnehme, oder so, ne Ohne dir anzukündigen, fährst du mich um Ja Eigentlich wollte ich das in der Aufnahme machen, aber nicht schon die Aufnahme abgebrochen hast So, weiß dass ich fahr jetzt durch, bis zu dem denen am Ende die sind halt überfahren ach schade ich wollte die eigentlich alle überfahren lol ich kann dir bitte so genau mit dem GbR schießen, alter ich hab mega Schwierigkeiten immer Lack sind da, vielleicht macht er die ganze Zeit ne Trickshots nicht so weit, nicht so weit fahren, nicht so weit doch bin ich mega mies, alter ich spawnen in dem Auto haha du hat die überraschend oh und du hast die sogar nach Geld komm schon, wer lebst das? ich komm dir zur Hilfe ich komm, man du bist so ein Arsch, alter, du hast mich berührt, alter was, ich hab hier noch Leute überfahren hier hat jemand getötet nice, aha ich sag hier, du kannst in mein Auto einsteigen ich spawne jetzt fahr schon mal dahin, so komm komm wobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobro we brauchen gute Musik dяodtd dtad d8d ddd ddad dddd ich hab 3 gekillt alter was ne schlacht so ich bin grad am storm aber wir gewinnen eh ja wir haben eh gewonnen alter was eine schlacht alter des todes oh erst muss ich dann killen ich reporte dich die ganze zeit ne halt auf mann